Kochen 1.2.2019 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube Rezept herstellen und goldbraun ausbacken Warm stellen Zweiter Schritt Die Haselnüsse ohne Füße in der Bratpfanne rösten Zur Seite stellen und auskühlen lassen Eier trennen Schokolade erwärmen Eiweiß und Salz zusammen steif schlagen Zucker und Vanille zu zweigeben Kurz weiter schlagen Zitronenschale, Schokolade und Haselnüsse Sorgfältig beigeben und die geschlagene Sahne darunter ziehen Die noch warmen Krebs